Donnerstag, 23. November 2023. Im Hintergrund meine neue Kymco. Es ist kalt, aber ein sonniger Tag. Wahrscheinlich der letzte für mehrere Wochen. Und diesen Tag möchte ich heute nutzen, um ein bisschen mich mit dieser Maschine vertraut zu machen und ein paar schöne Bilder einzufangen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt sind wir hier an der Linachtalsperre im tiefsten Schwarzwald angekommen. Es ist wirklich sehr frisch, aber sehr schön. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Tour. Euer Michael. Tschüss.